Zu Luxemburg könnt ihr nicht ganz weit mit dem Mindestlohn. Wenn der Land etwas bezahlt, bleibt tags nicht mehr viel Geld, um zu leben. Einen Mindestlohn ist mehr niedrig, wie das, was ihr braucht, für nicht an Armut zu geraden. Die Link wollen, dass hier im Land nicht früh anständig leben kann. Dafür werden wir an der Chambau verschlägen, für den Mindestlohn um 300 Euro zu erheischen. Es gibt heutzutage Zeit. Die Link. Untertitelung. BR 2018